Raya Thea, die zweitgrößte Insel aus der Gruppe der Gesellschaftsinseln. Das Atoll teilt sich mit der Nachbarinsel Taha, welche wir ebenfalls besucht haben, dasselbe Korallenriff. Sie liegt ungefähr 220 Kilometer nordwestlich von Ta... äh... äh... Leute, was wird denn das jetzt? Euer Ernst? Könnt ihr das nicht auch später verschieben? Ich versuche hier gerade von einer Reise zu berichten. Los jetzt! Verschwindet! Ach, äh... wo war ich stehen geblieben? Achja, also 220 Kilometer nordwestlich von Tahit. Raya Thea selbst bietet keine Sandstrände. Diese findet man aber an den Motus. Und eines davon lag unweit unserer Unterkunft und wurde mehrfach von uns mit dem Kajak besucht. Wie unsere Unterkunft aussah, welche wir für 13 Tage bewohnt haben, das zeigen wir euch jetzt. Auch auf Raya Thea brauchen wir natürlich eine Unterkunft. Die haben wir auch wieder bei Airbnb gebucht. Die heißt Fahrräd Rua Lodge. Kostet 42 Euro pro Nacht. Und wie diese aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Schwuppdiwupp. Schon sind wir hinter dem Tor und stehen hier im Hof. Ihr seht überall ganz schön viele Fahrräder. Die stehen hier zur freien Verfügung. Und auch die Kajaks können wir benutzen. Und das haben wir auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Und jetzt zeigen wir euch, wie das Haus von innen aussieht. Kommt mit! Durch die große Tür gelangen wir direkt ins Wohnzimmer. Und wenn wir uns vom Wohnzimmer aus einmal umdrehen, sind wir direkt im Essbereich. Und das hier ist der Essbereich. Hier gibt es nicht nur Frühstück und Mittagessen. Hier sitzen wir auch, wenn wir die Videos schneiden. Oder ganz einfach die weiteren Reiseplan. Und vom Essbereich aus gelangt man dann in die Küche. Oder auch in unser Zimmer. Das hier ist unser Zimmer. Und wie schon erwähnt, dieses Fenster da geht direkt zur Küche. Sehr praktisch. Ich hätte gerne einen Keks. Hm, glaubten wir leider nicht immer. Naja, also das hier ist unser Zimmer. Willkommen im Bad. Nichts Besonderes. Ein Klo. Eine Dusche. Ein Waschbecken. Fertig ist das Bahn. Und fertig ist jetzt auch diese Ruhentour. Tschüss. Das eine oder andere Mal sind wir nach Routora gefahren. Raiateas Hauptstadt. Allein schon zum Einkaufen. Zwar lag unsere Unterkunft so gut, dass in Lauf weiter ein kleiner Supermarkt war. Aber für größere Einkäufe ging es in den nur drei Kilometer entfernten Ort. Das Städtchen selbst hat uns wirklich sehr gut gefallen. In der Markthalle wird neben frischem Obst und Gemüse auch Kunsthandwerk verkauft. Und jeden Sonntag gibt es dort noch weitere Stände, an denen einheimisches Essen verkauft wird. Das jedoch in der Zeit von 5 bis 7 Uhr morgens hauptsächlich. An einem Tag hatten wir sogar den Wecker gestellt, aber irgendwie hat es dann doch nicht so ganz geklappt. Von diesem kleinen Hafen hier aus fuhr das Boot, welches uns nach Tahar brachte. Aber dazu später mehr. Das hier sind übrigens die ortsansätzigen Busse. Sie werden hier Le Trac genannt. Wie auch schon auf den anderen Inseln gab es auch auf Raiatea wieder so richtig tolle Kunstwerke an den Wänden und den Toren der Stadt zu sehen. Die Landschaft Raiatea ist in der Nähe von Raiatea. Das hat vor allem mich noch einmal mehr beeindruckt. Einerseits ähneln sich die Gesellschaftsinseln optisch ja sehr, aber andererseits sind sie auch wieder ganz unterschiedlich. Raiatea wirkt definitiv noch wild bewachsen. So, nun geht es aber auf zum Moto of Etaru. Und auch wenn wir uns noch innerhalb des Riffs befinden, so war das Gefühl über den tiefen Stellen des Wassers doch ein wenig anders. Naja und mit so einem Kajak muss man erstmal lernen geradeaus statt zickzack zu fahren. Circa 1,5 Kilometer Paddelweg lagen vor uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Taddaaa! Angekommen! Und wie bereits erwähnt, gibt es hier dann auch den Sandstrand zu finden. Ach ja, und da wir unserer Inselumrundung treu bleiben wollten, Raiatea selbst aber mit über 90 Kilometern doch etwas zu groß war, haben wir immerhin das Moto umrundet. Das zählt doch auch, oder? Bis zum nächsten Mal. Auch wenn die andere Insel bereits im Regen versinkt, so gab es bei uns immer noch herrlichen Sonnenschein. Auf der anderen Seite des Motos hatte die Unterwasserwelt wieder einiges zu bieten. Erst ging man relativ lang sehr flach in das Wasser hinein und dann stand man auf einmal an einer Klippe. Dort ging es so geschätzt 10 Meter steil hinunter. Und gerade das war sehr spannend. Das hier ist übrigens ein Suchbild. Wer findet die Schildkröte? Die Schildkröte Die Schildkröte Die Schildkröte Die Schildkröte Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ha, nach einem klaren 2 zu 0 Sieg für mich ging es dann wieder zurück zur Unterkunft. Heute sind wir an den drei Wasserfällen. Und wir sind in der ersten Zeit. Und wir sind in der ersten Zeit. Und wir sind in der ersten Zeit. Und wir waren mit dem Fahrrad natürlich ganz schnell da. Der Wanderweg zu dem Wasserfällen hinauf entpuppte sich dann als mindestens genauso spannend wie der auf Moria, allerdings diesmal mit besserem Schuhwerk. Nach ca. 50 Minuten über Stock und Stein und dank der Hinweise anderer Wanderer haben wir den Weg zu dem ersten Wasserfall dann erfolgreich gemeistert. Was ist gut, ich hab' Sorry. Jetzt wird diese Wirkung. Kosten für die Räume gesehen, run wir über 50 Minuten. Alles gut. Wegen desFreunde. Musik Ich weiß nicht, wo mehr Regen runterkommt. Aus der Wolke oder aus dem Wasserfall. Es werden noch Wetten angenommen. Musik Das, was eben noch weg war, ist gerade die Sumpflandschaft. Musik Da wir eh Pitchner sind, können wir auch einfach mit den Schuhen durch. Musik Dann werden die wenigstens mal gewaschen. Musik Musik Überall kreucht und fleucht es hier an Salamandas. Musik Da ist wieder einer. Musik Wie in Jurassic Park. Zum Glück fressen die uns nicht. Hoffe ich. An einem Tag sind wir von Uturoa aus mit dem Taha Transfair Rapid in nur 20 Minuten nach Taha gefahren. Taha ist auch bekannt als die Vanilleinsel. Unser Ziel war die dortige kleine Vanillefarm. Musik Da wir die Fahrräder dabei hatten, haben wir die Farm auch nach gut anderthalb Stunden erreicht. Musik Insgesamt legten wir an diesem Tag mal wieder etwas mehr als 45 Kilometer mit den Fahrrädern zurück. Musik 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 Die Besitzerin der Farm führte uns kostenlos über ihr Gelände und erzählte uns viel geschichtliches, was sie mit ihrer Farm bereits alles erlebt hat. Sie erzählte auch, dass Madagaskar für den größten Teil der weltweiten Produktion an Vanille zuständig ist und französisch Polynesien selbst einen sehr geringen Anteil produziert. Aber von diesem Anteil das meiste aus Tahar stammt. Zwischen Blütezeit und erntbarer Schote vergehen schon mal gut sechs bis neun Monate. Und weitere Monate dauert es, bis die Schote dann getrocknet ist. Wir benutzen sie, um sie zu spüren. Das ist das Kind, das wir benutzen, um sie zu spüren. Denn die Blut sind die Masse. Sie bekommen zwei Organs und ein Himmel. Aus Vanille wird vor Ort sehr viel gefertigt. Ob nun die Schoten selbst verkauft werden, welche aber eine entsprechende Größe haben müssen, oder ob man die nicht so schönen Schoten zu Vanillepulver verarbeitet. Von Tee bis Likör konnte man so einiges in ihrem eigenen Laden kaufen. Für uns ging es in Anschluss mit den Fahrrädern wieder zurück. Und während wir so auf das Boot gewartet haben, spielten Hanni und ich eine Runde. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist ein Fisch. Wer gewonnen hat, einmal dürft ihr raten. Raya Thea hat nicht nur landschaftlich viel zu bieten, sondern auch geschichtlich. So fuhren wir an einem Tag zum Maharae Tapu Tapu Atea. Die Maharae sind ein großer zeremonieller und religiöser Bestandteil der französisch-polynesischen Kultur und dies hier ist sogar Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die rund 1000 vor Christus entstandene und direkt am Meer liegende Kulturstätte Marae Tapu Tapu Atea stellt den zentralen Tempel sowie das religiöse Zentrum des früheren Polynesiens dar. Diese dem Kriegs- und Fruchtbarkeitsgott Oro geweihte heilige Stätte gilt als der Ort, an dem die Welt der Lebenden an die der Vorfahren grenzt und ist ein Zeugnis der tausendjährigen Maui-Zivilisation. Seht ihr eigentlich auch den Dino in dem Ast? Man sagt, dass dies hier die Mutter à la Mara ist und in jedem weiteren ein Stein von Tapu Tapu Atea verbaut wurde. Auf dem rund 30 Kilometer langen Rückweg machten wir noch einen kurzen Halt am Botanischen Garten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020